So, da sind wir wieder zurück bei Leftrother 2, Folge 11, hoffe ich. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich genau so schneide, aber ich denke mal schon, ja, Folge 11. So, jetzt nehmen. Ich glaube, die Waffe ist einfach nicht so geeignet für das Level jetzt, deswegen nehmen wir erstmal die M4 wieder mit und switchen zur AK um. Ich glaube, es kommt davon, dass ich so kurze Folgen habe, dass ich einfach so rushen manchmal. Es gibt auch ein Level, da muss man echt rushen, wie eben, da darfst du nicht stehen bleiben. Aber deswegen erkunden wir jetzt einfach mal die Restrooms. Nöger, eine Kotzflasche auf der Toilette. Da hat wohl einer einen über den Durst getrunken, würde ich mal behaupten. Hier ist nichts, da auch nicht. Backmärs. Oh, wie hängt der denn da? Leol. Was ist gerade beim Todesröcheln? Puts. Im Sprung, im Sprung ist cool. Was ist denn hier drin? Hallo? Nichts, hallo. Hallöchen, ich hoffe, ich störe nicht. Weiter geht's. Wow. Ist der Tod hier wohl? Die ist auch gut. Mal Boomer, Fettsack. Wenn du lieber willst, dass du einen Boomer nehmen, der explodiert, dann gern. Oh, stell dir mal vor, ihr habt so die Magensäure und komischer Schleim in eurer Fresse von so einem Fettsack. Fettsicken. Fettsack-Kinn. Ich weiß es nicht, ob es jetzt Männchen oder Weibchen ist. Oh, ja. Das wird jetzt lustig. Hier gibt es Musik. Ich hoffe jetzt einfach mal, die ist Lizenzfrei. Ich glaube, hier gibt es Musik. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hoffe, die ist Lizenzfrei. Wenn nicht, dann muss ich die rausschneiden. Das ist natürlich nicht irren, dass es gar keine gibt. Das werden wir sowieso gleich anrecken. Das gibt es nie. Das ist immer. Aber das dauert ein bisschen. Danach ist das Kapitel auch schon zu Ende. Die Kampagne oder wie es heißt. Das heißt, danach geht es dann mit dem nächsten Wider. Hier gibt es nichts. Schalten Sie die Bühnenbeleuchtung ein. Aber wir gucken erst mal, was es hier alles für so viele Sachen gibt. Hier gibt es ein Defi und hier gibt es wieder diese Sachen. Da sieht man ja schon direkt, dass es richtig abgeht. Molly. Okay, wir werden es doch wahrscheinlich auf irgend so ein Ding hier dann stellen. Nö, M4 behalten wir. Vielleicht nochmal Molly absnacken. So, was? Nee. So. Ähm, ach. Hä, Licht an? Nö, machen wir dir aber mal an und gucken, was passiert, ne? Hell yeah. Wie heißt die Band hier? Midnight Riders. Ach, Leute, komm, man könnte es ja sonst nicht. Auf die Bühne. Achso, ich muss, glaube ich, sowieso starten. Hier gibt es Guitars. Und wir sind jetzt stilecht mit einer Gitarre. Man muss es, man muss es ja einfach machen. Loll. Hallo. So ein Mikrofon nehme ich hier gerade auch. Übrigens auch. Ich nehme die Talen. Oh yeah. Los geht's. Ah, starten sie das Rockkonzert. Sind es auch jemand? Will das jemand singt? Oh mein Gott. Boah. Das wusste ich gar nicht. Die Geräusche geht unter mir zu bleiben. Lol, Nick hat den geschützt. Nick, Nick, Nick. Rochelle, Nick. Coach. warum gibt es keine musik mach musik an habe ich gleich ausgeschaltet kurz mal nachgucken audio musik lautstärke nö es war kurz diesen danke stein ich ja hier raus hoffe ich ach so muss ich jetzt wieder hier drauf drücken oder was ach dann mach ich die bühne durch die neugierende ja was muss denn mal hier musik angehen ging dann noch mal musik an er hat der song gesagt ich höre gar nichts es ist eben nur verpackt das wächst im fall weil ich glaube das liegt auch voll cool der arsch alter das ist ja richtig mach musik an scheiß level ey doch ich höre was warte wir machen mal kurz die musik lauter oder ganz leise aber ich weiß nicht ob das jetzt die musik ist aber wieder ein bisschen leiser aber auch so ein fels fühle ich nicht abgefahren leuten ich kann die feuer nicht mehr abmachen und jetzt warum ist das liegt eigentlich ausgegangen das blendet der typ hat schon drauf ist eigentlich meine mein vorbild also so will ich auch mal aussehen ich kann mich noch mal kurz zielen vielleicht schweizer noch mal dahin dann laufen wir eh dahin und hier wie ich mich mal kurz wow und so viele leute und so viele leute auf diesem achso der klau macht geräusch deswegen bin ich dann gelockt von diesem clown scheiß immer aber die boomer kommt grad lang da das ist gut bin ich gut saugut und saugüsi ist das noch ein clown das ist noch einer ich kann auch nicht wie so ein boss wie so ein anführer ja hat sich ausgequiecht ne du hast ihn in der hand hier ich dachte das lief für ziemlich gut ich hab grad mollys gesehen da gönne ich mir doch grad mal einen ne brauchen wir ja lass mal nachladen einen backup brauchen wir immer ja gut die ist übrigens nicht bestimmt das hört man das ist schlimm wie der wasser da hab ich einmal ne gescheite getan und oh nein der clown lockt alle an das kann man nicht wow wow die lockt auch gar keine zombies an eigentlich das fällt eigentlich gar nicht auf das fällt eigentlich gar nicht auf wo ist der hell da kommst du nicht rum mein der hell der hält doch schon ein bisschen was aus ja die 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 da die 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 das das Weißer nehme ich da hin. Und wenn mir noch eine Rohrbombe mit, mache ich jetzt einen Trick und schmeiße ihn da rein. Und dann auch die alle hin. Und auf geht's. So, Mooby. So. Mooby, schmooby, bidubi. Hier werde ich nichts drin machen. Ja. Ja, ich steige ein. Ich habe unendlich Muni. Oh. Anscheinend auch nicht. Ja, wo denn? Wie, hä, was? Hallo. Ich dachte nicht, wer das gemacht hat. Ja, meine Freunde. Ich glaube, das war das Kapitel. Oder? Oder war bei einem bisschen uneppig. Die Überlebenden konnten fliehen. Ja, das war Folge 11, glaube ich. Wir haben jetzt Dark Carnival auch geschafft. Und sind danach beim, ich glaube schon vierten Kapitel. Kann man ja gerade mal nachschauen. Drückt mal kurz aus wie überspringen. Es braucht eh kein Mensch diese, ja, das da. Über diese, diese Statistiken. Ich glaube, wir sind schon beim vierten Karneval. Beim vierten Karneval, beim vierten Kapitel, bei der vierten Kampagne. Und dann sind wir doch schon ein bisschen weit. Aber ich habe auf jeden Fall Lust. Mal, ich komme mal kurz auf Einspieler. hier, Infektionszentrum haben wir gemacht, Brück haben wir gemacht, Dunkler Karneval haben wir gemacht. Sumpffieber kommt noch. Sturmflut, die Gemeinde, The Sacrifice, Mercy House, Crashkurs, und so. Und Add-on Kampagnen kann man auch noch machen. Also da haben wir in der Tat noch einiges vor. Wir haben jetzt, ja, vielleicht ein Dritt, Viertel, gerade so. Und ich will dann auf jeden Fall noch was mit anderen YouTubern machen. Weil allein ist es ein bisschen nur, weil, guck mal hier, was es hier alles gibt, ne? Mutation, du kannst hier, Realismus ist auch so ein anderer, wie so eine Kampagne. Versus, da kann man als Zombie spielen. Das ist richtig lustig. Das will ich auf jeden Fall mit ein paar Leuten mal machen. Und da gibt es, hier ist Gavin, wo du spielen, seine Rundenbasierte, Matt, Überleben oder Infizierte. Das heißt, man kann auch Zombies spielen. Und es ist doch schon lustig. Ja, ich würde sagen, das war es für die heutige Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin würde ich sagen, viel Spaß und haut rein.